Jo Freunde was geht? Willkommen zum zehnten Teil der GTA Offline Story. Wie ihr seht bin ich Trevor und wie ihr seht bin ich Trevor. Das ist jetzt voll kacke. Ich habe eigentlich gerade ein Video aufgenommen. Und das hasse ich von Playstation. Ich habe gerade ein Video aufgenommen. Halt die Aufgaben wo ich Trevor dann so anfange zu spiele. Was passiert? Ich drücke zweimal diese Share Taste damit das Video geklippt wird. Playstation regiert nicht und drückt nur einmal und dadurch habe ich halt so gesagt ist die Aufnahme dann verloren. Richtig kacke. Okay wir machen in dieser Folge dann halt das Fragezeichen aus T. Eigentlich wäre es ein blaues M und ein C. Andale Das ist so eine Art wie Dings Wollen wir die jetzt hier zu? Das ist so eine Art wie bei You insult me in my hometown? Das ist so eine Art wie bei das ist so eine Art wie vor das ist. ich war ja ich bin tot ich werde umgefahren Junge das ist das beschissenste in GTA diese scheiß Aufgabe das ist so behindert ich bin zurück ich bin Ich kann mich nicht mehr aufhören, würde ich nicht? Ich bin jetzt verrückt? Ich bin nicht?! Arsch, wirst du ja mein. Hey, wo ist denn der? Jetzt werde ich wieder umgefahren. Jetzt muss ich mich grad komplett verarschen. Ja, übertreib! Der, ich spawne einfach. Was? Junge, wie viel Pech kann man denn haben? Junge, GTA macht die beschissensten Aufgaben der Welt, Junge. Oh, 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 oh. Ich habe gefühlt drei Sekunden oder eine Sekunde hat mir gefehlt, Digga. Da wäre die Scheißmission Ende. Du willst Redneck? Oh, ich gebe dir Redneck. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. You couldn't keep your mouse shot, would you? Hey, move it back, Falcon. Ah, shit. I'm out, man. Fuck you. Niemand spricht über meine Mutter! Ich bin raus, Sandyshores! Na moin, ich muss zwei... Komplette Kackaufgabe, Alter! Viel zu schwer! Okay, eigentlich hätte ich nur taktisch rübergehen müssen, so gesagt. Jetzt machen wir halt noch die T-Aufgabe. Jetzt habe ich Frühzeit, das war so klar, ne? Was passiert, Ron? Ich bin jetzt 50 Kilometer. Ich bin jetzt 50 Kilometer im Raum. Das war's. Ich bin jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt kommt die Sniper-Mission. Sie sagen, du sollst ein Corporate-Gift machen, ein Schiff, ein hochgerichtes Schiff und ein Suppressor machen. Geh alles, was du willst, Trevler. Ich kann dir nicht mehr Feuer machen. Ja, Decker! Trevler hat den nötigen Sachen bei Amunation nicht bekommen. Wenn ich die benötigten Sachen da nicht holen kann, weil dieser Spaß sich verpilzt, kann ich so gesagt auch? Nichts für... Bleib hier, Junge. Junge! Okay, dann muss ich das Video jetzt hier schon beenden. Dann, das seht ihr. Was passiert ist? Ich komme nichts in Amunation rein. Ja, ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn es da nicht klappt, dann... Verlasse ich einmal... Ich komme an den anderen... 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 Ich komme an deinen Beinen, wenn ich dich bekomme. Oh, was kaufen Sie bei der Schiff? Ich habe nichts. Ich brauche ein Sniper-Rifle mit einem hochgerichtes Schiff. Und sie sagen, sie unterstützen die lokalen Geschäfts. Was ist das? Wir werden es jetzt finden, ob das stimmt. Melvin! Wie fühlst du dich über Brand Synergy? TP-Industrie. Amunation. Gut. Weil du bist ein Corporate Gift von einem Rifle, einem hochgerichtes Schiff und einem Suppressor. Gehe, was du willst, Trevor. Ich kann noch ein anderes Feuer. So, jetzt... Jetzt nicht... Ähm... Neustarten. Sondern ich lefte. Ja. Und dann fahre ich nochmal zum T. Und fange dann wieder vorne an. Wenn es da nicht klappt... Dann... Ich könnte die Mission dann ja überspringen, aber... Ich habe so gar keinen Bock darauf. Weil das ist ja komplett dumm. Trevor! Ja, diesen Bug hatte ich früher schon mal. Ach, wenn es jetzt nicht klappt, Digga. Der nervöse Ron. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her, wenn ich dich bekomme. Oh! Was hast du bei der Kunt Shop? Ich brauche nichts. Ich brauche ein Sniper-Rifle mit einem hochgerichtigen Schiff. Melvitt! Wie fühlst du über Brand Synergy? TV Industries. Ambulation. Okay, das war's von diesem Video. Wir sollen uns morgen... Morgen machen wir dann halt bestimmt die T-Aufgabe. Wenn es überhaupt klappt. Dann sehen wir uns morgen, wenn Leon auch dabei ist. Weil Leon ist dann ja hier bei mir. Wir sehen uns morgen. Zum dritten Mal gesagt. Und... Ciao. Ja moin. Jetzt nochmal ganz normal. Wir sehen uns morgen. Der Kuntjillä!!! Tschüss! Ich bin mal etwa schon. Ja, bis auf. the positives Covid hin. Hier zur Raum 15Rм.